Hallo liebe Genießer, vor ein paar Tagen kam die Anfrage, welcher Wein zur Currywurst mit Pommes. Klar, denkt man da als Genießer zuerst an das naheliegendste Bier. Aber wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, auch im Team, Probe getrunken und jetzt auch vermehrt Probe gegessen, denn wir haben eine Currywurst mit einer genialen Soße kochen lassen und wir haben auch die passenden Weine gefunden zur Currywurst mit Pommes. Da wäre ich mal gespannt, was ihr für Ideen habt, was passt dazu. Wir haben im Team verschiedene Meinungen. Erstmal zur Currywurst. Wir haben die von Florian Fuhrmann produzieren lassen und zwar Rindfleisch und Schweinefleisch ist drin. Wir haben da so ein paar Gläser erstmal machen lassen nach unseren Vorstellungen. Die Tiere kommen aus der Region und dann eine wirklich geniale Currysoße dazu gekocht mit richtig fruchtigen Touch. Banane, Apfel, Birne mit verkocht, also nicht als Saft, sondern richtig die pure Frucht ist drin. Und genial abgeschmeckt mit Süße, Säure und einer richtig schönen Schärfe hinterher. Genau, wir haben ja so ein paar Sachen schön zusammen gemacht und Koch vom Zucker, ehemals der Chefkoch vom Zucker gewesen in Braunschweig. Sogar auch eine Station bei meinem Freund Tim Melzer in Hamburg mal mitgekocht. Also umtriebig, super ehrgeizig und absoluter Genießer, wenn man ihm sagt, mach mal das, mach mal das, immer Volltreffer bei seinen Rezepten. Also von der Pike auf gelernter, guter Koch und jetzt mit seinem Projekt, wo er in seinem Wohnort seine Passion noch weiter auslebt und ein Catering Service auf die Beine stellt. Genau, also wir haben jetzt die Currywurst da. Wir haben ja schon einfach verkostet. Ich hab's jetzt gerade mal warm gemacht. Genial. Haben dazu auch ein Paket geschnürt mit Sachen, wo wir sagen, das könnte passen. Oder ihr könnt einfach zu Hause, wenn es da Unschüssigkeit gibt, was passt dazu, einfach selbst probieren. Mein Lieblingsbier aus der Region, Wolters. Ich find jetzt einfach die Geschichte genial, mit dem von Inbev aufgekauft und dann wieder auferstanden, zur alten Größe, auf eigenen Füßen stehend. Wir haben im Team verschiedene Meinungen, hab ich ja schon gesagt. Einer sagte Weißwein, einer sagte mittelkräftiger Rotwein, einer sagte Rotwein, den man so leicht gekühlt trinken könnte. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Rosé mit viel Frucht und einer leichten Restsüße auch passt. Den hab ich hier, Vigno Verde Rosé. Das ist unser Paket, euer Testpaket. Was passt zur guten Currywurst? Ab jetzt bei uns im Geschäft. Ich bin echt gut.